Hallo liebe Zuschauer, heute bin ich mal wieder im wunderschönen Zeiler Main und bin bei der Annette. Hallo liebe Freunde. Jawohl, die Annette und ich, wir waren heute im Sterngrill in Zeiler Main im Dönergeschäft und haben uns was geholt. Wir haben uns hier in der Tüte, haben wir was drin und haben hier auch einen Ayran mitgenommen, den wir dann in die Gläser schütten und teilen uns. Ja und jetzt packen wir mal aus an der Annette, was da alles drin ist. Jawohl, eine Box. Das ist mein Dürrum, jawohl. Vorsicht, den legen wir mal da her. Genau. Warte mal, ich helfe dir mal an der. So, machen wir das mal so. Genau. Jetzt tun wir mal weg die Tüte, genau. Also liebe Freunde, wie ihr sehen könnt, ich habe einen Dürrum genommen. Dürrum schmeckt mir ganz gut. Jetzt bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Und die Annette, die hat einen? Einen Sternenteller genommen. Sternenteller genommen, genau. Jetzt machen wir den mal auf, Annette. Warte mal, steht der auf dem Kopf vielleicht? Schau mal. Ich glaube nicht. Nein, ich schüttel richtig hoch. Ja, dann zeig es mal den Zuschauern. Schaut euch den mal an. Ich halte ihn mal in die Kamera rein. Warte mal. Nicht schütten. Nicht schütten, jawohl. Ja, das ist also vom Sterngrill, der Sternenteller zum Mitnehmen. Was ist da alles drin, Annette? Drehspießfleisch. Also Dönerfleisch. Welche Soße hast du genommen? Knoblauchsoße. Oh, Knoblauchsoße. Damit hat nichts mehr geknutscht. Und was hast du als Beilage? Bratkartoffeln, genau. Salat. Salat haben wir auch. Den zeigen wir auch mal. So, schaut mal her, liebe Freunde. Das ist der Salat. Annette, beschreib mal, was ist denn da alles drin? Rotkraut, Weißkraut, Blattsalat, Tomate. Genau, und Soße nochmal ein bisschen. Genau. Kräudersoße. Kräudersoße. So, jetzt bereiten wir das Ganze mal vor und dann geht's weiter. So, meine lieben Freunde, jetzt haben wir alles vorbereitet. Ja, Annette, fang du mal an und probier mal die guten Sachen. Nehme ich mal von diesem Drehspießfleisch. Jawohl. Schmeckt gut gewürzt. Gut gewürzt, schmeckt gut. Dann nehme ich mal so ein Pommes. Ne, so Bratkartoffeln. Bratkartoffeln. Schön in die Soße rein, genau. Ist die Soße gut? Ja. Ja, okay. Und wie schmeckt der Bratkartoffeln? Gut knusprig. Gut knusprig, ja, das ist die Hauptsache. Jetzt probieren wir vom Salat. Hat also vom Rotkraut, hat sie ein wenig was genommen. Ist auch gut. Ist auch gut? Ja. Also gut, das freut mich. Jetzt probiere ich mal von meinem Dürrüm, Leute. Schaut mal her. Das ist ein Modsapparat. Modsapparat. Den werde ich jetzt mal probieren. Moment. Ja, der Dürrüm schmeckt mir. Ich habe übrigens Kräutersauce genommen. Die Annette hat ja Knoblauchsoße genommen, aber ich habe Kräutersauce genommen und die Kräutersauce schmeckt auch gut. Ja, da kriegt man auch ein bisschen Durst. Jetzt trinken wir mal von unserem Ei ran, würde ich sagen, Annette. Probieren wir. Ja. Jawohl. Ja, schmeckt halt nach Ei ran, ist ein wenig salzig, hat einen salzigen Geschmack, aber trinkt man halt zu Döner oder zum Döner-Teller auch. Ja, genau. Gut, liebe Freunde, das war es mit dem Video für euch. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Macht's gut. Ciao. Ciao.